KUTAN Immobilien, wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung ihrer Immobilie geht. Erstklassiker Service, hervorragendes Know-how, Seriösität, Kompetenz und Leistung. Seit fast 30 Jahren für tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. KUTAN Immobilien. Als Schuhfachmarkt hat sich Schuhkeller in Ludwigshafen seit mittlerweile Jahrzehnten einen Namen gemacht und über die Grenzen der Region hinaus etabliert. Nun geht der Betrieb einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft und hat auf dem Kundenparkplatz eine Aufladstelle für Elektroautos installiert. Diese kann von jedermann während der Öffnungszeiten genutzt werden und in einer ersten Testphase übernimmt Schuhkeller sogar alle Kosten. Die Testphase wird sicherlich noch bis Ende des Jahres gehen und dann werden wir entscheiden, wie wir weiter vorgehen, wie dieser Service genutzt wird. Und wir überlegen auch, wenn der Service gut genutzt wird, hier ein Solardach hinzustellen, um eben rein ökologischer Strom anbieten zu können. Ja, also wir haben eine positive Resonanz auf unserem Parkplatz, aber immer mehr Kunden haben uns angesprochen, es wäre doch schön, wenn sie auch ihre E-Autos hier aufladen können. Und wir glauben auch, dass das E-Auto gerade in der Stadt eine Zukunft hat und deswegen haben wir uns entschlossen, diesen Service anzubieten. Wie lange dauert es, bis hier die Autos aufgeladen sind? Rentiert sich das überhaupt während des Schuhkaufens? Also wir haben eine schnelle Ladestation mit 22 kW und das reicht eigentlich aus, um ein Auto zwischen einein und anderthalb Stunden wieder aufzuladen. Muss der Kunde hier sein Ladekabel mitbringen oder wie geht das alles vonstatten? Die meisten Kunden, das ist unsere Erfahrung, haben ihre Ladekabel dabei, aber wir haben auch ein Ladekabel mit dem neuen Stecker 2 zur Verfügung. Auch Elektrofahrräder und Elektroroller können ihre Batterien künftig während des Schoppens aufladen. Nach den ersten drei Wochen wurde die Station bereits fleißig genutzt.